Alter, hast du gerade einen gezündet? Ja. Ernsthaft? Ah, jetzt nicht. Ernsthaft? Es war gerade ein Bug, egal. Äh, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Klopapeters. Ah, fuck, na! Und Mick ist auch dabei, wie er hört. Nein, der Gegner! Ja, ich hab ihn rasiert. Fuck, Alter, jetzt der Klopapeters. Also, zur Erklärung, falls ihr nicht checkt, die Klopapeters, nach 1 Milliarde Jahren zocken sie wieder und dann irgendein so ein vollmächtiges Game, das voll scheiße aussieht. Äh, also ich find's eigentlich ganz geil. Ah. Äh, Mick ist jetzt über Skype zugeschaltet, falls man den nur ein bisschen laggy hört im Laufe der Zeit, äh, ja, bitte ein bisschen Verständnis zeigen. Ich hab auch ewig versucht, am Anfang das Mikrofon rauschen wegzukriegen, klappt einfach nicht. Und jetzt erstmal zur Erklärung, also, Dirty Bomb, wie ihr es im Namen schon sehen könnt, ist ein, A, da ist grad der Mick, ist ein First, First-Person-Shooter. B, F ist ja eigentlich ein First. Pe, pe, ich bin rausgeflogen. ausgeflogen alter was soll denn das also nachdem ich jetzt ewig versucht habe mit mig also eine halbe stunde lang mit mit versucht haben wieder eine aufnahme hinzukriegen oder sonst was das spiel jedes mal wieder abgestürzt ist oder lex zu hart waren oder wenn ich im selben team waren oder so sage ich jetzt euch einfach kurz auf black screen an also vorher haben wir es kurz geschafft dass wir auf dem konnten haben aber nur umgetrollt und so verschiebe ich jetzt einfach so ein bisschen die infos über das spiel auf ein anderes video oder so wenn es dann mal wieder geht oder informiert euch einfach im internet und ja dann noch viel spaß beim rest des videos leck mich doch leck mich hart und fett ein von sicherheit gebracht ja da habe ich ihn weiß was er ist weg ich hole dich und bin selber da aber ich hole mich selbst wieder um dich dann wieder zu holen nein er ist ganz tot nicht ganz wie geplant nimmst du eigentlich wieder auf ja ich nehme schon die ganze zeit auf ich glaube ich habe zu viel material wenn ich jetzt die ganze zeit zehn jahren aufnehmen ich wiederbelebe dich ach komm mit zwölf prozent der level 32 potzau wird sich mal wieder aus der affäre ziehen bei dem ist auch nichts anderes 32 als sein level und der eq der umfang seiner tippen ich fack so eine mehr das geht nicht wie die helder verteilen wenn ich 100 punkte macht macht der 32er tausend aaaah alles klar alles klar alles klar alles klar